Aber er kann auch schwer sein. Er kann auf jeden Fall schwer sein. Rolf, mach's gut. Die kommt wieder, oder so? Wo ist der Bahnhof? Da, Aschaffenburg. Da Eiberg, der Eingang. Ja, siehst du's? Kommt gut an! Da ist genau falsch rum. Let's see. Da ist er fort. Auf, gut. Na, die Blickverhältnisse sind ja optimal, oder? Das will man mir. Aha. Der Zaubermachtrupp. Was heißt saubermacht? Der Blätter wegmachtrupp. Das war nicht die Aufgabenstellung. Das war's. Das war's. Ein trüber Tag. Das war's. But da ist es. Schusssäubermachtrupp. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist der Schlappensäppel. Der Schlappensäppel mit Faust. Das ist schon eine wützige Sache, oder? Das ist der Schlappensäppel. Faustbär. Das ist der Schlappensäppel. Das ist der Schlappensäppel. Das ist der Schlappensäppel. Das ist der Schlappensäppel. Wenn man schon in Bayern ist, muss man das auch so machen. Das ist der Schlappensäppel. 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 Was ist das für eine Festtugend oder so? Fast. Schloss. Da muss man sogar ein bisschen gucken. Da sieht man sogar was. Mein. Vielen Dank.